Liebe Freunde, liebe Kanalinteressierte, hier ist Martin Stötzer und ich wollte einfach nur sagen, ich freue mich, dass ihr euch meine Videos überhaupt anguckt, dass ihr Interesse habt, das freut mein künstlerisches Herz. An der Stelle ein Dank. Ich wollte nur ankündigen, dass jetzt langsam wieder, seit längerem Pause, dass wieder zeitgenössische Musik auf einem Kanal laufen wird. Wir hatten ja bislang öfters in der Zeit vor allem tonale Musik gehört, also Musik mit Dur und Moll. Diesbezüglich ist auch gut so, weil es soll ja auch Abwechslung im Kanal geben, nur soll es auch in Richtung mal wieder zeitgenössische Musik kommen, denn das ist auch der Grund, warum ich überhaupt den Kanal gegründet habe, um einfach das, was ich im Studium gelernt habe, auch anzuwenden. Ich möchte es ja auch so, ich möchte das ja auch als Künstler, ich möchte damit auch meine zeitgenössische Herz auch dem Publikum offenbaren. Es ist auch so, dass ich die traditionelle Musik mag, klar. Ich komme ja auch ursprünglich von der traditionelle Musik, habe da auch so meine Erfahrungen gehabt und ich mag vielleicht irgendwie beides, deshalb läuft ja auch ab und zu mal auch traditionelle Musik. Aber jetzt die nächsten Videos wird wieder zeitgenössische Musik laufen, also nicht erschrecken, dass es mal vielleicht so schräg klingt, so wie... so ungefähr, sag ich mal. Also wenn ihr das Video nicht sehen wollt, kein Problem, ihr könnt das Video ja überspringen und es wird auch wieder Tonale Musik laufen, das auf jeden Fall, das verspreche ich. Das werdet ihr auch am Titel sehen, wenn ich schreibe zeitgenössische Musik, dann wisst ihr, dass es zeitgenössische Musik ist und wenn es Tonale Musik ist, dann merkt man das auch am Titel. Ich werde das so machen, dass man das merkt und das wollte ich nur ankündigen. Ansonsten danke weiterhin und wünsche euch aber eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank! Vielen Dank!